Hallo und Willkommen zu einem neuen kleinen Technik-Unboxing. Ihr seht es, ein Paket von Amazon. Da ist nämlich folgendes. Ich wollte letztens was anschrauben und dann habe ich festgestellt, dass mein richtig alter Akkuschrauber kaputt ist. Ich bin jetzt auch nicht so der super Handwerker oder Bastel andauernd was, aber das war dann halt extrem nervig. Habe ich gemerkt, gerade wenn man ihn braucht und es dann eben kaputt ist und dann funktioniert es nicht. Gerade dann, wenn man dann schon mal was machen muss, ist das halt doof. Habe ich also nach einer günstigen Alternative gesucht und bei Amazon gefunden. Ich packe das jetzt erstmal hier so aus. Einigermaßen schwer. Und da seht ihr es. Das ist von der Firma Bavaria. Habe ich noch nie gehört. Der BDC1812B... Keine Ahnung, 18 Volt. Das Ganze hat nur 29 Euro gekostet und ist sogar mit Ersatzakku. Das war es für meinen Bedarf genau richtig. Ich meine klar, als Handwerker, wenn jetzt die Nase rum von so einem Bosch oder ähnliche Firmen oder überhaupt für 29 Euro kann das nichts taugen. Aber die Rezensionen waren überwiegend gut. Und wie gesagt, da ich wirklich, vielleicht alle paar Monate mal irgendwas schraube, reicht das für meine Zecke, hoffe ich mal, absolut aus. Ja, hier ist irgendwie, hier ist das Teil schon. Gut, da merkt man auch schon den Preis. Also es gibt keinen Aufbewahrungskoffer, keine Schachtel, also sonst sind die ja oft, hat man ja immer so eine, ja hier witz ist das ja so eine Schachtel halt, ein Köfferchen so klein. Das gibt es hier schon mal nicht. Aber so macht das Gerät jetzt erstmal ganz, weiß ich nicht, wertig kann man das so sagen. Ich habe da keine Ahnung, was ist das Problem. Ja, der Akku. Hier unten ist übrigens ein Bit-Halter, so als kleines Goodie. Ja, hier kann man halt umschalten. Dann von der Seite, naja, hier ist auch nochmal ein Bit-Halter, okay. Das ist sicherlich, kann praktisch sein. Ja, dann hier halt natürlich Schnellspanner. Hier dann, ähm, ja, die Ladestation. Und das Netzteil. Okay, das ist jetzt nicht besonders spektakulär. Naja, und hier, und das war dann der Grund, warum ich es dann letztendlich gekauft habe, halt ein Ersatzakku, ein zweiter Akku. Das finde ich halt echt sehr cool. Weil wenn ihr jetzt, keine Ahnung, mehrere Möbel zum Aufbauen habt, ähm, dann kennt man das, wenn dann der Akku schlapp macht und man muss ihn dann halt aufladen, äh, ist das halt schon nervig. Und hier hat man eben zwei Akkus dabei. Ja, kleines... Kleines Anleitungsheft ist auch noch dabei. Ja, ähm, wie gesagt, 29 Euro. Ähm, 18 Volt. Das sollte für meine Zwecke, wie gesagt, denke ich mal, ausreichen. Und, ähm, also es war reduziert. Ich weiß nicht, ob das jetzt generell immer 29 kostet. Das war schon irgendwie reduziert. Ähm, ja. Ja, soweit also die kleine Vorstellung, das kleine Unboxing zum Bavaria BCD 1818 und, nee, 2B, so heißt er korrekt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.